Das wäre mal ne Idee. Hallo, Struppi. Ähm. Ja, du bist Struppi. Äh. Du machst mir Angst. Was willst du? Ah, hilf mir. Ich bin kein Monster. Der Fluch der Spinnen. Ich wurde verwandelt. Ist nix neues. Ich flehe dich an. Hier drin finde sie alle. Die goldenen, die verfluchten Spinnen. Besiege sie. Vergiss dich. Das Skultuller-Symbol verwechlicht den Geist der besiegten Spinnen-Teil mit dir zu nehmen. Nimm den Fluch von mir. Ich werde mich erkenntlich zeigen, weil ich... Hä. Einmal muss ich hier mal schlagen. Äh. Hallo. Ich will mich schlagen. So, und jetzt wird er ganz akku. Ach, der akku. So. Äh. Welche Maske ist der aus? Kann ich eigentlich irgendeine gebrauchen? Nehmen wir mal die App. So. Drehen. Und. Bäm. So. Ja, ist gut, oder? Sammeln? Äh, sammeln, genau. Sammeln im Grunde dasselbe wie in OT, nur... Hier sind es insgesamt nur 60 und 30 pro Haus. Überall zwei Häuser halt. Und, äh, hier sind sie auch wirklich alle an einem kleinen Ort, so gesehen. Das heißt, nicht, äh... In der ganzen, äh, Welt versteckt. So. Wo ist denn die nächste... Wo ist denn die nächste... Hier sind die Tropine? Überall dieses Geräusch von sich drehen, dann spinn. Geht. Warte, das ist noch 7.1 jetzt. Iiii... Aua. Hey, sterben. So. Zwei. Uh, 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 uh. Ja. So. Ich brauche meine Spinni. So. Spinnis. Ab nach. Kann ich euch irgendwie am Visieren da oben? Kann ich nicht. So. Halt ganz normal. So. Geht nach nach oben. Los. Krabbel los. Also jetzt. Ich habe eine eingesperrt und drei Stück kommen raus. Warum müsst ihr alle drei da hingehen? Ich wollte eine wieder einfangen. Mich verarschen. Mann. So. Kiefer Nummer drei. Uh, das ist ja auch eins. Moment. Bevor ihr jetzt da hinkrabbelt. Äh, so. Dich lasse ich hier raus, dann fange ich mit zwei ein. Ha. Hat er mit sich selbst er... Reinhardtisch haben die Spinni mit sich selbst ertrinne Spaß gehabt. Oder nicht? Ey. Nein. Ey, nee. Achst du nicht. Kein. Ist die Spinne gerade ersoffen? Wir spinnen das ersoffen. Boah, es geht echt alles schief. Ich glaube, ich belasse es heute bei dem Haustier. Wenn ich das dann irgendwann mal fertig habe. So eine Stunde. Ich sag da nichts so. Mir reicht's. Äh. Da. Dekuschale. Wir gehen geradeaus weiter. Und ich gehe nochmal später zu dem Loch hin. Hallo. Wo ist denn meine... Da. Meine Bogene. Ja, meine Bogene. So. Äh. Bam. Jetzt bräuchte ich den scheiß Enterhaken. Das wird mit nix. Dieses Haus. Und warum habe ich nur 4? Ach ja, ich bin gestorben. Da war ja was. Ja, also hier kann ich auch nichts machen. Echt toll alles. Ich habe mich vorbereitet auf das Haus. Aua. Was war denn bei? Oh, Spinner. Ich muss sie alle umbringen. So. Du hast mit gestern eine goldenen Skulptur gefangen. Äh, ja. Ein schlafender... Eine schlafende... Deku-Type. 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 Was sieht denn die Kräfte aus? Genauso wie die Frostbuss飴nen in Skyburn. Das ist aber auch schlimmer. Die sind die Detailrächter. Und größer. Und... So. bevor man sich gegen alle rolle ich habe keine ahnung welchen die drinnen waren das war jetzt mehr weniger zufall dass ich es jetzt gefunden habe ich weiß kein zuvor zwei stück sind da versteckt aber ich weiß nicht wo er formulierung deutsch ist immer meine schwäche gewesen die war noch mal so nach der wachung zwar so so nach der wachung warum jetzt spiele weil so nach der wachung ist das wie schläft wir trauen uns ab ohne mich anzugreifen was oder wirst du doch nach hauen so teufel worin bist du verschwunden ganz ehrlich egal so halli hallo ich bin wieder da komm her du scheiß dreck sie und wenn ich verarschen sollte runterfallen wie komme ich jetzt daran das finde ich jetzt echt nicht mehr fair mal schauen wie es weitergeht ich habe das gefühl das kann so bieten das war leer mein gott diese steuerung mit pfeil und bogen okay das ist gut oder eine müsste noch da oben sein ich schätze man es dass du bist du du mein gott du und ja wenn wir entweder ganz oder bienen und weil ich ein bock auf bienen jetzt habe jolo so ein drittel geschafft schießt mich an jetzt weit genug hoch damit ich da reinkomme nein dann halt da hinten hin jetzt komme ich jetzt daran ohne dass ich mhm bin ich schlecht machen wir Leute hoch ich glaube hier ist nur die Tür äh ich wusste es war kein guter Tag um aufzunehmen sollte nicht so sein du ne halt abnehmen hier soll er an um und ab hier nicht gerade einander gehabt und was zum Teufel jetzt bin ich da aber alles und woanders Prozent ihn oder sind wir hinten am besten und ist noch eine und okay sehe ich jetzt nicht so schau mal was verbirgt sind natürlich noch eine gerade türchen nummer drei oder eher an obst nummer drei gar nichts ich glaube was machst du den schalter leiter praktisch danke und wie komme ich da oben wieder ran so eine maske mit der ich fliegen kann also ja komm ich früh auf die idee nein ich abnehmen so war links schreit zu tat du sollst doch eigentlich nur ja fast aua ja genau ich bin zu großem die struktur anzugreifen wäre jetzt schön gewesen war zu sein dass ich es darum bekomme und so kann ich mir auch die andere holen gut kann ich eigentlich kann ich wasser das rolle im stand das toll mein komisches was auch immer das ist flosse wird zum schild und ich muss da irgendwie irgendwie dass die mich dahin lassen wollen so leicht ist ja auch keine musik richtig spielt ist diese höhen musik nächster versuch und geht doch das waren hier nochmal da war ein riesiger baum immer ein riesiger baum ich bin ich bin ich bin ich brauche spenden wo es meine gläser das gläser flaschen oder die schmierende gold ist wir sind eigentlich dem raum stop 56 irgendwie so in den dreh hast du das letzte spinne da schon wieder eine ab und ich habe euch ich glaube dass es aufgefallen reichen ich brauche ich ich brauche ich und ich brauche er dich und dann versteckt sich auch eine wo seid ihr war es doch noch nicht ich mache den stein gerade bestimmt übrigens man hört übrigens genau man hört anhand von diesen kabelgeräuschen spinnen auf welchem raum ist noch nicht also ich bin da so an die also ich sind keine mehr ok 19 stück zwei drittel gleich passt so sind ja noch mehr an der wand oder sind wir mehr sind wieder gekommen komme ich da so wieder hin dann lass ich mal weg frei und krabbelt los das große krabbeln ein reich doch auch um die herauszuholen oder nicht sprich mich jetzt nicht mit der spinne an das weile ok wo sind meine was auch hier sind gar keine mehr ich habe kein krabbeln ok dann gehen wir mal die vergessene von dahinten holen von da so aus der wand ganz auch bei dem geräusch der spinnen die an der wand krabbeln geht geht und jetzt hoch da mal gut strecken musste sein wenn man schon so einer kleinen sequenz zuschaut 20 endlich ich glaube ich schneide den part aber das kannst du aus in einem part einfach nur gesamtheit werde weniger jeder was von ach und okay kommst sogar komplett wieder und jetzt stimmt man kann hier schon den bogen haben oder sollte ihn zumindest haben aber man kann auch ohne rein ok so der raum ist auch leer dann nur noch die andere seite des hauses und hier äh gab es nicht auch in den häusern ein herzteil immer ich meine ja äh ich glaube ich muss nochmal wieder eine extra spinne haben und jetzt haut die mir bitte nicht alle ab boah hier geht spinnen krabbeln ich glaube ein part wird der weg zum haus sein und ein part wird der weg dann äh spinnen wo seid ihr denn da hab dich äh ok jetzt mal den äh sind zu Ende führen ein part wird wahrscheinlich sein alles vor dem äh äh ist das guter haus hier und der andere part wird das guter haus selber sein zwei parts für sagen wir mal vier tage müsste ich so ja am verlänglichen Wochenende wieder aufnehmen passt ja was macht ihr für komische wege da hochklettern und vor allem kommt ihr beide jetzt schon wieder hier weiter abgehauen oder nicht hm hm was solls lasst du mich holen ruhe so hm hm 22 da hinten klebt schon wieder einer an der wand rein der theorie bei der fällt mir zwar echt nicht ein wie man die bekommen sollte wenn so hm also die würde jetzt echt da rumhängen so da hinten noch das war ein bisschen zu tief ah ne ähm grad ein bisschen ruhig wieder weil am überlegen wie was da funktionieren sollte wenn man jetzt die Maske nicht hätte ja tolles deutsche sprechen heute wieder tun bin bin äh äh kleiner insider äh so zora link deine komischen flossen brauche ich mal kurz ja reine theorie kann ich da nicht so rüberpfen hehehe so dann kann ich mir auch dich nehmen so 24 äh 9 drittel hab ich ne 8 drittel 8 drittel oh gott mein gott ach ach zehnte ne warte egal ich hab 24 das reicht ich wollte so ruhig ne Bruchzeile raus zu machen der raum ist auch leer prima nur noch der äh hallo du da gib mir mal deine geister dingster geist eine goldene skutulla aber rein theoretisch lebt sie ja noch weiter was denn ein geist ist geister sind 20 tote wesen aber wenn sie als geist weiterlebt ha was zum geh sterben aber hier gab es doch auch ein herzen irgendwo oder nicht das ist mich grad nicht in Ruhe ich glaube ich schau gleich nach dem ich die auch noch dann irgendwann beendet habe ach stimmt ich war ja zu groß ich werde hier noch dran sterben wenn man meine herzen halber denkt so so und wahrscheinlich ist hier wieder eine drin nicht von dahinten irgendwo eine ist noch mindestens in den yes ha ha wusste ich es doch hallo jetzt hab ich die ganze dieses Piepen im Ohr danke gut dass ich keinen 3-herz-wander mache kommst du vielleicht da runter die ganze die Frage 3 fehlen mir noch eines da oben drauf und eine unter dem stein ansonsten habe ich ein problem habe ich mich irgendwo eine vergessen und das ist katastrophal wenn man eine vergisst ach hab dich gefunden eine unter dem stein eine da oben wahrscheinlich und eine unter dem stein habe ich schon erwähnt ja ich wiederhole mich wie gesagt dass da wieder ans reden reinkommen gar nicht so einfach und man sollte erstmal über überlegen sagen aber ich wollte üben sagen mein gott sollte erstmal üben allgemein viel zu reden sowohl an sich ist das eine gute übung jetzt dieses aufnehmen und dabei labern für die mündlichen abschlussarbeiten fängt gerade so auf und da muss man ja auch mindestens 15 minuten am stück labern zwar über ein thema wie zum beispiel china übrigens hat mir so ein kleiner witzgeg was auch immer ein ja da wird man gefragt was man in der mündlichen abschlussarbeit für ein thema haben will und man sagt lustigerweise reisland so und warum müssen lehrer dann auf die idee kommen reisland mit china landwirtschaft zu übersetzen das soll allgemein lustig sein ja das war lustiger im unterricht als jetzt so erzählt aber ja auch nur so den mei erwähnt Hasenohren machen wir mal ein schnellequip machen und meine letzte spinne Käfer Horde ja zurücklehnen hallo du quietschender Stuhl ich bin noch nicht ganz wach also vorbei wir haben es jetzt 16 uhr und um 13 uhr bin ich aufgestanden warte mal wo ist meine spinne ich vermische ich kann nicht mehr reden ich vermisse eine spinne ich vermische dich genau mischen ich versuche gerade zu horchen ob nur eine ist aber dieses dämliche herz piepen kommt irgendwie dazwischen herzen zum teufel eine fehlt noch aber wo ich höre hier keine ich bin verwirrt er wird mich gebt mir verdammt nochmal Moment bevor wir jetzt hier verkacken Spielstand speichern so schön mit F5 aber aber verdammt nochmal wo ist die letzte spinne die ist nicht drin gewesen und ich rüber hab ich die eine vergessen eigentlich nicht hm ich meine hier gab es auch irgendwo Moment ah da hinten du äh nein so jetzt haben wir auch mal die bühne wieder gesehen so du ein gott du auch nicht herz ah piek muss weg warte mal mein Hetzesack dass du da hinten drin bist ha 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 hier vorne wäre wahrscheinlich die Hände äh die Hände drin gewesen und hallo blink so du hast alle goldenen Stoske und das Suches Gewicht ja aber irgendwo wo war hier das Herzzeit hier war doch eins meine ich oder war es nur einem anderen Skulptur daraus Übrigens für die Belohnung die wir gleich bekommen muss man glaube ich sogar alle Skulpturs am ersten Tag sammeln so habe ich glaube ich zumindest in Erinnerung ähm ansonsten äh werde ich gleich hier raged und das denn wenn das jetzt falsch war in Erinnerung hallo komischer Typ blieb blieb mir das eigentlich eine oder haben die alle irgendwie eine sehr breite Brust ich hab da schon verweist mir leid ich bin befreit ich dachte schon mein Ende wäre gekommen vor einiger Zeit hat mir jemand diese Maske gegeben er meinte ich könnte damit reich werden mhm er sagte die Anweisungen seien hier irgendwo niedergeschrieben aber als ich danach suchte wurde der Fluff auf mich gelegt hätte ich geahnt dass ein derartiges Märtyrum auf mich wartet hätte ich sie niemals angenommen nimm sie sie ist dein ja geht doch die wollte ich haben Maske der Wahrheit trägst du diese Maske äh offenbaren sich dir die Geheimnisse der Mythensteine und die Gedanken der Tiere ich habe genug sobald ich mich besser fühle gehe ich nach hause ja ok mit der Dingsomstermaske können wir jetzt mit den äh Hunden auf der Farm reden oder dieses Hunderennbahn zu gewinnen und wir können äh in der Ebene nach Mythensteinen suchen die ebenfalls eine Headset bergen aber das alles erst beim nächsten Mal nach dieser BAH! Aufnahme mehr sag ich dazu nicht und tschüss bis zum nächsten Mal und falls irgendwer im Unterschied merkt zum anderen Headset äh schreibt es runter war wohl vielleicht ein paar Jahren äh so tschüss